So, guten Morgen zusammen. Ihr wisst ja, neuer Tag, neuer Shop, neuer Stream und so weiter und so fort. Wie ihr seht, die Custom Games laufen schon. Ich bin auch gerade im Livestream schon drin auf Twitch. Also einfach mal in die Videobeschreibung gehen und da den Link klicken, einfach ein Follow dalassen und bei den Custom Games mitmachen. Wie immer, der Code ist immer noch 1-9-8-6. Ich weiß, ist noch frühe Morgen. So viele sind nicht. Im Stream selber sind gerade 10 Leute. Manche haben anscheinend auch keine Benachrichtung bekommen. Aber das kriegen wir auch noch irgendwie auf die Reihe. Dann zeige ich euch natürlich ganz schnell den Shop. Ein neues Emote, aber ich kann es nicht abspielen. Sonst habe ich wieder Probleme mit Copyright. Hast du nicht gesehen. Also YouTube ist halt da leider eine Katastrophe, was das betrifft. Auch wenn es eine Kooperation ist mit Fortnite, aber ich kriege da direkt wieder eine Verwarnung wegen dem Emote und hast du nicht gesehen. Ist einfach nervig. Was hat sich sonst noch im Shop getan? Raptor haben wir jetzt wieder drin. Dann haben wir Velocity wieder drin. Der Stormbomber. Der Partylöwe. Das war schon mal, was das betrifft. Dann Flobber ist wieder drin. Mit der passenden Pickaxe. Dann Bärschi. Sumpfjägerin. Schlöff. Erderschütterer. Endlosrad. Man kennt es. Dann haben wir die Saxophonmusik drin. Und das gute alte Psycho-Paket ist immer noch drin. Und ja, Feresa, wir waren gerade 15 Leute. Aber wie man sieht, Custom Games, drei Leute. Also wer Bock hat, jetzt schon früh morgen ein bisschen reinzuschwitzen, gern vorbeikommen. Und in dem Sinne würde ich sagen, bis gleich.